Jo, was geht meine lieben Zorka-Junkies? Ah ja, du bist wieder hier heute, übertäne dich nicht, Conny Kramer, jetzt neu! Und wieder mit dabei sind, wie ihr schon hört, Conny Kramer, der Drogenopfer, der passive Kaffee, der wieder nicht wirkt, und mit dabei, André, man kennt ihn, hat auch mal funktioniert. Was sagst du, du passiver Kaffee? Ja, ich werde mal wieder alle vor äußern. Was sagst du? Mein Wort interessiert mich nicht. Ein Killwetten, Alter? Ein Killwetten. Nein, nein, nein. Zum Einsteigenden Killwetten. Komm! Okay. Ein Killwetten. Ein Killwetten. Ein Killwetten. Ein Killwetten. Ich muss auch vor dir sein, ne? Ja, ja, egal welche Position du hast, du musst nur vor mir sein. Okay. Das ist machbar. Das ist machbar. Hahaha. Hahaha. Wie sie an mich glauben. Hahaha. Sie glauben an ein Killwetten. Hörst du auch mit Wetten? Kannst du ja noch den Key setzen? Nein. Ich bin dritter. Ah heel jijink! Elisabeths, ich bin dritter. Mein Alter, wie was will ihn jetzt ausgetragen? Der will unsere Keys doch reinmachen. Ey, Ehehä. Anubis. Eheh, geht vollskall, ne? Jaja, ich wollte mir was ja gerade gegessen, Alter. Monster-Energie, Alter! Wir haben ein paar Ballons für euch. Ich hab nen Ballon. Nein! Ja, ich war die Brücke weg. Tschüss mein Kind! Was? Meine eigene Bubble hat mich! Und was? Ich kriege nie mehr. Wuhuuu! Mama, ich bin der Arzt doch. Nein, du bist tritthaft. Cheat nicht. Deine Mutter hat angerufen und hat gesagt, du kannst gar nichts. Was? Warum bin ich in der Box? Ich bin in die Box. Ich bin in die Box. Hui! Boah, Digga. Jau, zwei flächliche Zimmer. Abu Dhabi ist krass, ey. Ja, ich bin nur hinterher nur bis heute abgelenkt wurde. Ja, ich hab dann im Getriebe. Ja. Ja, ich werde hier auch deutschgereicht. Alter, jeder macht mich hier weg hoch 10. Jeder braucht mal, ne? Ey, ey. André, der Seite, der Party war. See you later, alligator. Oh, na. Ey, dieser Bubble sieht man einfach nicht, aber... Komm schon. Skill, lass mich... Lass mich jetzt nicht in den Stich. Gute fahren muss ich durchsetzen, Leute. Ich brauch Dickies. Ja, ne. Zweiter. Das ist ein Tempo-Wear. Ist so, hör auf zu hacken. Mach die Hacks aus. Hackerskills setzt sich durch, das predigiert seit dem ersten Tag, seitdem ich denke, aber aber nicht zu stellen wenn ich ergeben kann. Ja, ich hab schon gar keine Stimme mehr. Ja, war ich auch schon. Und wahrscheinlich kriegst du ein Wort. Ich bin 10. Ja, ja. Ich bin 11. 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 Wack... Habe ich den nächsten? Ich bin 11. Die sind in der 2. Runde und ich bin schon wieder in die Box gefahren. Ja, das hat mir gerade auch passiert, ne. Das hab' auch blöd gemacht bei der Strecke hier. Nie muss da aufpassen. Ey! Was hast du denn? Da heckt mich einer! Ich hab' mir in den War. Oh, Kanone geht auch. Ehhh... Ey, kann nur ich von der... Ach, Scheiß rote, Alter. trotzdem ein monster gibt es auch ja nur voll kaffee zu kommen wir sind jetzt noch dazu kommt ja das schaffst du nicht bitte lieben leider du bist in der aufnahme verpiss dich wie einfach in wieso kannst du hier einfach reinkommen ich will das auch hören ich bin gar nicht das war gleich Bandsvater hin Guck mal, der ist an du 3 Kaffee, geh mal weg Du Arschkrebs der zieht sich vor hehehe Wohle Kakao Kommt hier Lennox, live einfach rein läuft mal hin NEIN Nix da André, wenn du mir hilfst, wenn du mir hilfst, dann wirst du killt Oh lol, hast du den skillshot gesehen? Ne, das war nicht Nix Wenn du mir hilfst, dann kriegst du den killen verpackt Hehehehehe Geht mir nicht ums Geld Geht los, und sieg Ist so Ehrlich? Ich würde auch sofort bei den Vitalen Oh, Anubis, was? Anubis, was? Lass mich hier ein Das wäre schön zu... Hä? Du bist nicht an mir Lass mich hier Lol, ok, ich mach' ne Chance k k k k k k k k es gab woran die mit ausgefallen nein ein ich gehe immer in die Kurve ich bin von Nubes das war es der Kiel gehört ja Nubes was ab jetzt bist du soll ich wieder vor mir noch drei runden leider ich werde einzige ram richtig so nix da rammt die snitch du bist doch der der jetzt die hacktang gemacht hat nein meine eigene babbel nein gar nicht die box die andere bock Ich war doch nicht so heiß. Nein, oh, das ist gut. Ich bin einer von euch, hat mich vorbeiziegt. Ich hab mich mit meinem Warp um einen Platz vorgewarpt. Was? Ich war ein ganzer... Oh, was? Komm mal ran, Alter. Oh, wir wechseln uns, Alter. Ja, nein, was war das, bitte? Klapp dann, ne, ist auch vorbei. Verpiss dich, Kaffee. Nee, 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 ich bleib da jetzt. Du bleibst schön hinter mir. Hey, ich bin nicht lieb, ne. Ey, I knew this, ne. Ja, auch noch Kurve, top. Nein. Er bumpt mich einfach nur da mit, er... Vor mir ist, Alter, er bumpt einfach nur... Füsten, Junge, Füsten attackieren! Füsten attackieren! So loschen, gib mir Kraft, Alter! Was meintest du, du attackieren? Füsten attackieren? Füsten attackieren! Das hat eine scheid-Volke bekommen. Füsten attackieren! Oh, mach' ihr solche Fassen mit mir! Mach' keine Faxen! Du musst da nicht nur eine holen. Oh, nein! ich mach keine leute guckt mir an ich bin frank gar nicht vor ich halte nein aber weiter nein ficken ja oder spannende Leiter mit Schaden ich bin noch vorhanden Nein, nein, nein See you later, alligator! Die Babel hat er mich gebürzt Ne, ich hatte drei V-Boost Wop 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 Guck mal, wer wieder hintergeht Oh nein, 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 nein Die Bumpen mich da rein, ich glaub's nicht Ey Mist So Bot-Mate hat mich gesavet Gebt mir an, Uwürfen Jetzt bin ich tech-sam, Mann Neunter Ich war erster Mega alles Täter Die alle sind scheidende Runde, Leute Jetzt muss Skill bewiesen werden Ich rass hier durch Guck mal, wer hinter dir ist Guck mal, wer hinter dir ist Nein, nein Safe mir mal bitte, eben André Haha Nein, André helft ihm nicht Nein, genauer Monster ist ein Brows, Junge Ein Fahrfehler und ich bin an allen vorbei Ein Fahrfehler und ich hab Anubis Easy Die sind alle in jeder Reihe Ne Immer Ey Kaffee Ich bin mein Key behalten Haha Ich bin auch neuner Wie ihr in diesem Spiel ist, nisch? Der ist Lager in der Möp, kann man überlegen Und wir reichen nicht durch Nur ich sie sieben Runden gefahren, Mann Also nicht Wo ist Anubis? Hinter dir Ich glaub ihr ist auf 4 oder was? Nicht mehr 3? Wo seid ihr? 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 Anubis ist dritter, wo ist Anubis? An dritter! Anubis ist dritter! Also ich hab jetzt richtig viel Glück Spannung pur alter! Elfter? Ja, Anubis hat gewonnen Nein, er hat er! Das gönne ich ihm nicht jegliche Ich kann ihn das auch nicht Ne Eigentlich nicht, ne Monster? Ne Nein! Gute Fahrer setzt sich durch! Danke Monte! Monster gab mir die Kraft Kappa! Passiva Kaffee hat keine Chance Hat keine Chance Hat keine Chance Das ist die 5 Kunde Rumpel, die du aufnimmst Scheiß drauf, trotzdem hast du verloren Geht mal rüber an den Kino-Opfer! Ja, warte Nichts bezahlt Setzt aber jetzt 2, ne? Ja, ich wollt grad sagen Doppel oder nichts Naja, meine lieben Freunde Bewerten und kommentieren Nicht vergessen Checkt die Jungs von Con Julio Äh, die Kanäle Von Con Julio Und einen Kaffee ab Also die Jungs Bis zum nächsten Mal Wir sind raus Hahahaha